Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Currywurst und Dosenbiet zu dem BVB News und heute mit einer sehr, sehr guten Meldung für alle Borussen-Fans, denn es wird wohl noch mal einen Transfer-Doppelschlag geben. Zum einen Callum Hudson-Odoi wird wohl ebenso ausgeliehen wie Marin Pongracic. Und wir gehen mal beide Personalien durch und gucken natürlich auch darauf, wie realistisch denn die beiden Transfers sind. Denn der BVB ist im Wermum Hudson-Odoi einen großen Schritt vorangekommen, denn laut Sky-Informationen haben sich die Schwarz-Gelben mit dem Flügelspieler von Chelsea persönlich geeinigt. Sprich, in der Hinsicht steht im Deal relativ wenig im Weg. Nun fehlt allerdings noch eine Übereinkunft mit den Blues. Es ist ein Leihgeschäft, was anvisiert ist und das scheint auch wohl nicht mehr wirklich platzen zu können, was einfach die generellen Bedingungen angeht. Aber der FC Chelsea will, bevor man hat es nach Dortmund verleiht, noch einen Ersatz für den Kader holen. Da ist wohl Saúl von Atletico Madrid, andere Positionen, aber trotzdem ein Kandidat, den man wohl erst haben möchte. Und dann eben Hudson-Odoi abgeben wird. Und das ist einfach die Bedingung, bevor der Wechsel offiziell gemacht werden kann. Ich bin sehr gespannt darauf. Hudson-Odoi stand ja auch lange Zeit bei den Bayern auf der Liste vor ein, zwei Jahren. Jetzt also womöglich doch der Wechsel in die Bundesliga. Da bin ich überrascht drüber, weil ich eigentlich dachte, dass der BVB offensiv nicht mehr zwingend was machen muss. Aber womöglich kommt der 20-Jährige nun in den Ruhrpott. Und ebenso ausgeliehen werden könnte Marine Pongracic. Und wir sehen ja schon hier, wo er aktuell unter Vertrag steht. Das ist der VfL aus Wolfsburg. Und auch dort geht es um eine Laie. Andere Position, anderer Spielertyp. Pongracic ist nämlich Innenverteidiger, kann aber auch genauso gut rechts hinten spielen. Und könnte somit Dortmundsdefensive verstärken. Denn dort gibt es ja seit geraumer Zeit durchaus Lücken, bedingt durch Verletzungen, durch Formschwankungen. Und das ist nun wohl die Lösung. Auch da war ich durchaus überrascht. Es gab als Netzgerüchte um Diogo Dalot für die rechte Abwehrsatz. Den hätte ich richtig gut gefunden. Aktuell weiß man nicht genau, wo man dort steht. Mit Pongracic kriegt man einfach eine Defensivlösung. Dazu muss man aber auch sagen, bei Wolfsburg hat er sich nicht endgültig durchgesetzt. Letztes Jahr war er einfach sozusagen die Nummer 2 in der Abwehr hinter Brooks und Lacroix. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf, inwiefern er Dortmund weiterhelfen wird. Aber auch dort, wie gesagt, erstmal nur eine Laie, sprich relativ wenig Risiko. Laut der Bild haben sich Wolfsburg und der BVB auch bereits auf die Kondition verständigt. Es gibt wohl auch eine Kaufoption in Höhe von 12 bis 13 Millionen Euro. Also viel los beim BVB kurz vor Transfer. Schluss eure Meinung zu den beiden Spielern. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao und bleibt am Ball. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.